Hi. Hallo Ralf. Hi. Sag mal, seit wann hast du den denn? Ralf, den hab ich mir vor einem Monat geholt. Knackiger Arsch. Musst du dich viel kümmern? Nee, überhaupt nicht. Der ist voll pflegeleicht. Ganz anspruchslos. Braucht kaum Licht. Noch einmal am Tag ein bisschen Wasser, das war's. Willst du einen Ableger? Oh, oh. Das wär ja Weltklasse. Ralf? Ja? Kommst du mal kurz? Ja. So, das müsste reichen. Danke, Ralf. Kein Problem. Ich würde den Ableger jetzt so drei, vier Tage im Wasser lassen. Und wenn er keimt, in einen ganz großen Topf. Und wie lange dauert das, bis er ausgewachsen ist? Gar nicht lange. Im Frühjahr schießt er dir in die Höhe und mit ein bisschen Glück kannst du im Sommer schon vögeln. Sag mal, kannst du mir das vielleicht noch ein? Nee, jetzt wird's knapp. Ähm, ich bin frühstück. Ralf? Könntest du wohl noch mal kommen? Bringst du deine Füße mit? Was ist denn los? Wir haben ja schon ewig nicht mehr. Ein besonderer Ort für besondere Anlässe. Für die Frau, die seit zwei Jahren an meiner Seite ist. Ach, Jan. Tschüss. Bis dann. Fortune. why? Muss man... ... ... ... ...